... ... Am, 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 am. Am, 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 am. Ja, Amy, was warst du da? Ja, Amy macht das gut nicht. Ja, ja, ja. Amy macht das gut, nicht? Jeremiah schläft, nicht so doll. Schläft doch, Schatz. Schläft doch. Ja, du bist witzig. Ja, du bist witzig. Nicht so doll, Schatz, ihr fühlt ruhig. Amy passt schön auf, nicht? Genau. Du redest auch fein, nicht? Feine Amy, ne? Genau, ja, ja, genau. Wir passen hier schön auf, ne? Ja, mhm, mhm. Wir verstehen uns. Jetzt halte ich dein Pferd. Ja, Amy passt fein auf, ne? Klar. Fein. Bei den Kinderspielzeugen nicht mehr nur auf, aber wenn die Kinder klein waren, haben die auch noch keine Glashauen. Das hier, das gehört noch dem Jonah, ihrem Großen. Das hat er mitgekriegt gehabt. Aber da haben die auch schlecht gemacht. Ja, ne? Ja. Guck mal. Das ist immer gut, wenn man fotografieren, wenn man die ablenken kann. Aber manchmal interessiert die gar nicht. Dann wollen sie nur da unterspringen und dann... Hm? Emilein, du machst wieder mit, ne? Du machst wieder mit, ja. Du machst wieder mit, ja. Feines Mädchen, ne? Amy passt gut mit auf, ne? Food. Food.